Scratz. Nussiges. Nee. Halt's ab! Ist das ein Taschenmesser hier? Nee. Telekom... Ich hab, ich hab literally nichts gemacht. Hä? Seht ihr das? Ich mach gar nichts. Ach, der ist leer, der Kontroll... Direkt springen, oder? Ah, okay. Es ist ein anderer Weg vorgesehen, aber trotzdem... Ist doch normal, dass du da Fehler machst. Ah! Lost. Kann man das nicht sogar... Oh mein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! LOL! Ich mein, ich kann's noch mal probieren, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das klappt. Aha! LOL! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich piek's dir sonst in den Arsch. Der Radio hat ihn dazu gebracht, rauszukommen. Der Radio... Sprachen lernen. Bubble! Hahahaha! Hilft der Frau, die... Ich hab erst Brüste gelesen... Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Oh mein... Oh mein fucking... Oh mein fucking... Oh mein... What?! Was?! Was?! Ich hab sie! Ich hab sie! Sieht man das? Ich habe gehört, du hast mit Miguel Pablo rumgemacht. Stimmt das? Ich hab gehört, dass Montana Black in Wirklichkeit 12 ist. Stimmt das? Heute hab ich einfach Glück. Mit dem PC ist auch alles okay. Da ist mir auch tatsächlich so ein bisschen das Material geplatzt. Kann ich das grad zeigen? Bombenprank? Ist halt heftig geplatzt. Super Mario! Super Mario! Oh. Hahahaha! Schwerwiegender Fehler! Ja! Kann man so sagen! Ich liebe es einfach! Dass andere Nintendo YouTuber schlafen! Hehehehe! Oder? Irgendwie... Oh ne, mir hat sich grad einfach meine Sonnenbrille bewegt. Bruder? Lebst du? Jeder, der jetzt kein Star Wars kennt, denkt sich... Alles hübi dumm. Mit dem... Zug? Fliegt man... Ah, ja! Oh, oh! Cool! Ah! Oh! 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 Boah! Was?! Was?! Die Zeit ist mir ausgegangen?! Ihr könnt mich mal?! Ich bin ein Idiot! Ein blöder Vollpfosten! Das gibt's doch gar nicht! Ja, ich glaub man muss hier den richtigen Moment erwischen, was wir jetzt... Brrr! Da ist ja schon wieder ein Goldener... Achso! Oh! Wie ich einfach dumm wie ich bin in diesen Laser reinsprich... Aber ich hab den nicht gesehen! Oh! Hier ist ein entspannter Goldener Pfannen... Okay, dann nehmen wir uns auf jeden Fall noch! Wo ist die zweite Starcoin? Jetzt kam schon lang keine mehr! Die erste kam... Verhältnismäßig fix! Muss ich irgendwie auf den Kugel wieder landen oder so? Das ist auch ein Boden! Oh! Was?! Schön in die Bombe rein! Schön in die Bombe rein! Dann hat er nochmal 200 Schaden gefressen! Das hat nicht geschmeckt, ne? Hat nicht geschmeckt! Mir schon! Ja! Ja! Ich glaub man haut es gerade so auf 200 Grad! Na ja, wird sie wenigstens endlich braun! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau! Ah, da ist ne Kiste! Die muss ich aktivieren, dass ich wieder hier hochkomme! Kiste! Ah ne! Die Kiste! Ich glaub die Kiste... NEIN! You want to live back to Darkburg, Mr. MCD? MCD? McDonalds! Oh no! Scheiße! Das ist ja krank! Sobald man von so ner Kette abspringt, boostet's einen so gefühlt einfach nach Russland, so in die Tundra! Gear Getaway! Gear Getaway! Sicher, dass es sich eigentlich Gateway heißen sollte und er hat das A und das T vertauscht? Ich hasse die Raben! Ich hasse sie! Ich werde ihre Mutter finden und sie eigenhändig in ihrem All kaputt machen! Okay! Ich glaub ich schmeiß die Stockbombe da einfach rein, ey! Was? Was? Nein! Was? Was? Oh, da bin ich! Komm her! Komm her! Oh! 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 Was bin ich böse! Oh! 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 Äh! Just Dance bringt Spieler zusammen! Oh mein Gott! Das will ich sein, wenn ich alt bin einfach! Der übelste Hipster-Opa! Haben die gerade diesen 80-jährigen wirklich einen Depp machen lassen? Hast die Feuerblume blühen? Hast recht d***! Machen wir! Feuerblume! Ach, warte, halt, die trifft ja auch nur eine Reihe, hab ich grad gesehen. Oh, also verschwendet. Die trifft nicht mal! Was war das denn? Oh nein, er hatte die Augen zu. Und Mario, wie so ein Influencer. Hier, Smile Secret. Also ruht meine Marino in einem Museum, ja? Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Das geht ab hier. Ja, aber ich dachte... Hab ich ihn jetzt falsch verstanden? Ich dachte, der ist hergekommen. Er hat gesagt, dass er zum Museum würde. Ja eben, und wo ist er? Dann nichts mehr hin zu diesem Museum. Und wenn ich jetzt zum Museum gehe, dann ist er da? Vorher nicht? Ich muss erst mal in diesen Nebel fahren? Ein Gesichter-Puzzle, ja? Macht total Spaß. Gesichter-Puzzle. 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 Hallo, das ist mit keinem Weg verbunden. Ich sehe es jetzt erst. Was denn das für eine Sauerei? Was denn das für eine Sauerei? Was denn das für eine Sauerei? I am the one, the way you're done. Cupio, in deinem Haus riecht es noch nach dir. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Coopador. Cupios Vater? What's going on here? Oh mein Gott, die Bilder in meinem Kopf, ey. Bam! Ach, geil! Der, stimmt! Der Kampfwutorden wirkt bereits wegen dem Vorsicht. Mario ist overpowered! Küss ihn! Also, nicht nur deshalb. Und mich auch. Es ist ganz okay, jemandem einen Korb zu geben. Außer ich bin es. So falsch? Und warum ist hier eine Fliege? Verpiss dich. Und auch hier von Vincent Gabling dieses Pilz. Wie ich Domgender mit Spezidosen bewerfe. Eventuell hier? Nein, der hilft in die andere Richtung. Das ist zum Heulen. Diese Dreckspilze. Ich hasse sie. Fast gegen null. Hä? Nein! Nein! Betrug! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Capture Card, was willst du? Fick dich! Capture Card! Ich bin einfach reich. Nein! Ja! Ich bin drin! Ich bin drin! Luigi, was machst du hier? Du hast gar nichts gemacht. Hauptsache wieder Lorbeeren ernten, ne? Knecht. Was? Was? Nein! Das ist nicht wirklich passiert jetzt, oder? Try your best, but you don't succeed. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Fuck! Ah! 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 Ich hab noch Sekt von gestern Abend da. Ist mir egal, wenn mich YouTube entsperrt. Alter! Ah! Ah! Ist das the last of us? Ja! Safe! Joel, Ellie, und ein Creeper. Wow! Ah! What? Ah! Ah! Ich möchte ja nicht sterben. Ganz im Gegensatz zu diesem Riesen-Pocky. Der genauso lang ist wie mein Stuhl. Der ist wirklich lang? Ich hab's noch gesehen. Oh fuck, bitte rette mich, Digga. Ja, 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 ja! Irre! Oh, Leute! Loll! Was zur Hölle? Das war ein... Oh! 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 Ich bin schon das ein oder andere Mal in das ein oder andere Häufchen getreten. Du machst jetzt zum vierten Mal. Vielleicht kommen wir hier erstmal in einen Bonus-Bereich, in dem ich hoffentlich nicht verkacken werde. Oh, oh, oh! Oh, oh! Jibiii! Einen Eura! Oh, oh, oh! Scheiße, weg hier, weg hier! Oh fuck! 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 Nein! Oh nein! Ja, 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 ich bin raus, weil er gekommen ist. So! Somtchen muss du wieder raus! Custom Hintergrund. Custom Sprites. Custom Musik. Custom Musik. Ja. Custom Musik. Custom Musik. Dass du ihn führt wirst, das ist doch eh safe. Und zwar von Kamek. Den mag ich auch. Hey, oh, oh, oh. imm- Eis, Eis! In den Chat! It's no time! Oh, 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 oh! Ist denn Yoshi für uns? Yes, oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Die gibt es in Eiern! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Konnte Mario tatsächlich unfreiwillig dabben? Ich finde, ich sehe total geil aus mit diesem Cape. War der gerade am Pissen? Woah! What the hell? Yo! Der versucht mich zu grillen! Da-da-da! Na was ist jetzt los? Bowser kommt ja gar nicht mehr! Hängt der McDrive fest oder was? Bring mal ein Tasty Beet! I know I can make you believe Something that only we can see Oh, so baby, hold on to me Oh, so baby, hold on to me